Ja Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Roblox. Wir werden uns heute in dieser tollen Roblox-Folge den Wasserpark hier ansehen. Ich bin gespannt, was es da gibt und du freust dich schon so oder machst du so Freudensprünge oder was ist los? Ja klar, Freudensprünge. Sehr nice. Vergiss die Tickets nicht zu kaufen beim Einhorn. Einhorn. So, was hat er zu sagen? Kann er überhaupt irgendwas sagen? Hey, willkommen, Rob sing in Waterpark. Aha. Hi, what do you do I do here? Okay, was machen wir hier? You use the slides and swim just don't for swim too long. Okay, wir sollen die Rutschen und so weiter benutzen, schwimmen und natürlich nicht so lange schwimmen. Okay, goodbye, danke. Gehen wir mal rein. Achso, wir müssen noch durch Wasserkleidung, ne? Können wir hier irgendwie Kleidung nehmen? Moment, Moment, Moment. Wir müssen noch irgendwie hier. Wir können nicht in Kleidung schwimmen. Hier, was erzählt uns die? Bei mir erzählt die gar nichts. So, nö. Nix. Ich kann sie nicht ansprechen, aber da sind welche einfach... Guck mal hier. Lie down. Oh, sit. Sit. Ach du Scheiß, guck mal wieder der Sitz. Boah, was bist du noch für einer, ey? Tag. 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 Live, die anderen Sachen sind leider gesperrt. Wie hast du das denn gemacht? Oh, was ist das denn hier, hä? What the fuck? Scheiße. Meine Güte. So. Kleidungsmäßig. Ah, können wir uns leider nix kaufen. Guck mal jetzt. Guck mal, was ist das denn hier für ein Bug? Guck dir das an. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ach du Scheiße. So, ich muss mich wieder bewegen. Nein, nix. Lie down. So, jetzt normale Füße. Nein, ich hab auf dieses komische Auge gedrückt, da. So. Jetzt spring einfach. So, geil. Wasserpark. Leck mich am Arsch. Nice, Alter. Wie geil ist das denn? Dreck mal Wasser springen. Wow, geil, ey. Ich hätt jetzt auch Bock auf Wasserpark, ey. Nice, mach dir richtig blau, hier einfach rumzuschwimmen, ey. Hier kannst du sprinten, das ist sehr gut. Was denn hier? Da, man, der Rezeption. Wie, du kannst hier sprinten? Ach so, wenn man ein Schiff drückt. Nice, funktioniert ja sogar. Wow, hier so Bäder. Nice, wie hat das gebaut, ey. VIP-Teleport. So, wo gehst du? Wo bist du? Hinter dir. Ach so, Alter, verfolgst du mich. Ich krieg schon. Hier, guck mal, lass mal hochgehen. Vielleicht ist das irgendwie ein Sprungbrett oder sowas. Boah, wie schnell läufst du da hoch, Junge? Marathon-Läufer, you seen. Holt halt. Treib nicht, übertreib nicht. Hier läuft ein Ninja hoch. Was geht denn bei dem ab? Wow, das ist nur eine Ausgucksplattform oder was? Nee, geht auch noch viel höher. Ich kann mir nicht hoch. Ich schau nicht, ey. Hä? Das ist echt nur eine Aussichtsplattform. Ja, und was macht man bei einer Aussichtsplattform? Ich spring jetzt ins Wasser. Das mach ich hier. Oh! Boah. Krass. Ich spring auch. Oh! Boah, Alter. Ich bin voll tief reingesunken. Weg mich am Arsch, ey. Da waren auch hier, ist es noch so ein 20-Meter-Brett oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall will ich auf die Rutsche. Ich auch. Wo gehst du da lang? Guck mal. Boah, hier gibt es wohl viele Rutschen, ey. Das ist gleich, wo ich anfangen soll. Hier? Ich muss sprinten, Alter. Es gibt... So. Most lights. Gehen wir mal erst mal rechts. Gucken wir uns das mal an. So. Gut. Was ist denn der für ein weiter Weg? Mama mia. Nee, das ist das nächste Mal. Das ist doch keine Rutsche. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Alter, wie du da reingelassen hast. Ich geh lieber noch eins höher. Oh Mann, die hätten hier einen Fahrstuhl entwickeln müssen. Keine Treppen, ey. Guck dir das an, wie hoch man laufen muss. Ach du meine Güte. What the fuck. Das ist das Problem. Oh Gott, ich hab hier auch... Oh mein Gott, ich hab hier so ein... Ach du Scheiße, guck mal, wo ich bin. Ich seh dich nicht. Guck mal, ich bin hier ganz oben auf dieser Plattform. Oh, warte, ich komm da auch hoch. Nee, nee, nee. Bleib unten. Dann gehen wir eine andere Rutsche. Ja, dann kommen wir runter jetzt. Boah, Alter, wie hoch das ist. Ich geh kaputt. Wir brauchen... Wir müssen irgendwie eine Rutsche von dem Großen mal ausprobieren, ey. So, dann spring ich jetzt. Boah, Alter. Boah, du musst mal die Innenperspektive machen. Der sieht richtig gefährlich aus, ey. Hab ich ja. Ich mach immer Ego-Perspektive hier. Boah, wenn du hier runtergesprungen bist. Boah, das sah richtig krank aus, ey. So. Boah, das ist eine kleine Rutsche. Wie kommen wir dann auf diese riesen fetten Rutschen, ey? Da hoch auf den Berg müssen wir. Ja, und wie kommt man da hoch? Da hinten der Weg. Jetzt seh ich's. Welcher Weg? Da. Hä? Welcher Weg, ey? What? Ich schwimme übers Wasser. Nicht im Wasser, über dem Wasser, ey. Boah, du bist schneller im Schwimmen als ich im Laufen. Ach du Scheiße. Wieso können die da teleportieren? Komm doch rein, im Teleporter. Nice. Haben wir uns gespart den Weg. Sehr geil. Oh. Jetzt rutschen wir mal. Warte, warte, warte. Ich guck mal kurz. Ach du Scheiße. Beide geil. Komm, ich links, du rechts. Und dann können wir dann gleich abwechseln. Oh mein Gott. Oh. Ach du Scheiße. Ich bin aus der Rutsche rausgeflogen. Nein, ich bin da drin noch. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das will. Alter, voll die enge Kurve. Oh mein Gott. Das geht so schnell. Und dann innen. Boah, voll gegen die Wand geklatscht. Ach du Scheiße. Hat weh getan, ne? Voll ekelhaft. Ich bin aus der Rutsche rausgeflogen. So, warte. Was hat die Dame zur Palabern hier? Sieht ziemlich männlich aus, die Dame. Die hat ziemlich große Muskeln für eine Frau. Ich muss reset Charakter machen. Ich bin irgendwo in der Pampa gelangt. Ich bin aus der Map rausgesprungen. Ich weiß auch nicht wie. Das ist verrückt. So, ich bin jetzt wieder hoch. Können gleich nochmal die anderen Rutschen ausprobieren. Die links da. Wo bist du? Ich renge gerade vom Spawnpunkt wieder zurück. Dann komm, dann rutsche ich nochmal selber runter. So, ich tue mal deine Rutsche benutzen. Ach du Scheiße, ist die schnell. Wow. Boah, ist die schnell. Alter Verwalter. Okay, jetzt wird hier hier ein bisschen langsamer. Wo kommst du denn raus, da man? Ja, man landet immer nur in einem Becken, ne? Weil es hier nur ein Becken gibt. Ich warte jetzt hier bei diesem Teleporter. Ja, ich bin hier da. Ich bin gerade hier rein. Ja, warte mal. Lass mal in den Teleporter da hinten gehen. Ja, aber warte. Da sind noch zwei Rutschen da oben. Lass uns erstmal die ausprobieren. Und dann können wir wieder. Können wir woanders hin. Aber hier links gibt es auch noch Rutschen. Oder nur eine? Ne, ja. Nur eine gibt es hier. Oh. Tunnel sogar. Komm, rein da. Geil. Boah. Man sieht mich. Alter, voll dunkel. Was ist denn? Ach du Scheiße. Boah. Junge, ich gehe kaputt, ey. Was ist denn hier für... Alter, was ist denn hier los, ey? Oh mein Gott. Alter, ich habe so Bock auf Rutschen jetzt. Bam, ins Wasser, ey. Was ist das denn? Scheiße. So. Ist das nice, ey. So, wo ist der Teleporter? Hier. Ich bin hier. Geh mal hier rein. Boah. Oh. So, wo sind wir jetzt hier? Moment. Hä, was ist das denn hier? Raumstation? Ich kann, guck mal hier hin. Kann ich auch hinlaufen. Hä, wo sind wir, Alter? Wie hoch ist das bitte? Ich trau mich gar nicht zu rutschen. Wo sind wir hier rutschen? Guck mal, da ist der Pool, Alter. Ich spring mal runter, ey. Einfach das. Na, wo springst du runter? Da, in den Pool. Nein, lass mal noch. Ah, 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 ah. Oh mein Gott, Alter, ich schlag den Pool, ich schlag den Pool, Junge. Ach, du Scheiße. Boah, Alter. Wie lange, boah. Boah. Junge. Boah, Alter, du bist fast krank, ey. Wie geil ist das denn, ey? Boah. Häftig. Das macht ja mehr Spaß, als in echt zu rutschen, ey. Wie geil ist das denn, ey. Nochmal hoch, Junge. Zum Glück gibt es hier Triporter. Stell dir vor, müsste alles hochlaufen, ey. Boah. Nice. Und hier ist irgendwie eine Rutsche oder sowas? Ich weiß es nicht. Guck mal, Mann. Hä? Was ist das denn hier für ein Mist? Vielleicht hier drum herum oder so? Ich weiß es nicht. Nee, gleich begegnest du mir. Wie kann man so schwul da sitzen, ey? Geil, ey. So. Scheiße. Ich lege auf den Bodenrutsch, voll unlogisch. Oh, komm, ich spring jetzt nochmal da runter, Junge. Und. Hoah. Oh mein Gott, Alter, ist das verdammt hoch, ey. Das ist so unglaublich hoch, ey. Oh mein Gott, Alter, ich bin voll auf den Boden geknallt. Alter, mein Nacken tut weh. Ich bin voll falsch gelandet. Ich bin voll auf den Boden geknallt, Junge. Das hat voll weh getan, ey. Scheiße. Ich bin wieder außerhalb der Map, Junge. Was ist das denn? Was ist das denn, ey? So, hier ist noch ein Café. Ach du Scheiße, sehr geil. Auf jeden Fall ein Riesenkompliment an denjenigen oder an diejenigen Leute, die das gemacht haben. Sehr cool gemacht, ey. Ich muss eben neu respawnen, hier. Hier ist noch sogar eine Hotelkette. Ah, das macht am meisten Bock, von ganz oben runter zu jumpen in den Pool, Junge. Weil die Rutschen sind auch ganz cool. Aber sind das echt alle Rutschen? Haben wir alle Rutschen ausprobiert? Eigentlich will ich nicht vorstellen. Eine Rutsche haben wir, glaube ich, nicht ausprobiert. Aber ich weiß nicht, welche. Aber es gibt eine Rutsche, wenn du rechts... Oh, es ist Tag. Das ist Tag geworden. Sehr gut. Es gibt eine Rutsche, da rutscht so irgendwie so extrem. Und dann rechts gibt es dann noch so eine andere Rutsche. Und von da rutschst du irgendwie rein. Aber ich habe keinen Plan, wo die ist. Warte, guck mal da oben. Warte, ich muss eben neu spawnen. Ich bin jetzt hier wieder am Eingang. Ich bin ja von der Möck geflogen, ja. Da bist du doch. Guck mal da oben, da gibt es eine Rutsche, wenn du von hier nach oben guckst. Der Berg da, die gelbe da oben, schwarz. Ja, 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 genau. Aber wie kommen wir da hoch, Alter? Da würde ich gerne mal nochmal rutschen. Pah, wenn ich das müsste. Ach, da hinten ist auch noch ein Teleporter. Nehmen wir den da. Welchen? Die beiden haben wir und dann gibt es da noch einen. Vermute ich mal. Den einen haben wir hier ja schon. Naja, hier vorne ist noch einer. Ah, stimmt. Dann wären wir wahrscheinlich da oben auf dem Dach, weil da gibt es glaube ich drei Rutschen. Die werden wir jetzt noch ausprobieren. Siehst du, hier gibt es drei Rutschen. Puh. Warte mal, was ist das denn hier? Hier vorne? Hier? Ne, das ist keine Rutsche. Okay, es gibt drei Rutschen. Ah, von wegen das keine Rutsche. Ich bin da reingesprungen, Mann. Komm, ich will hinterher. Oh, was ist das denn? Ich will hinterher. Oh mein Gott. Hörst du durch die Höhle irgendwie? What the fuck? Oh Gott, ich sehe nichts. Ach du Scheiße, wo bin ich? Ich liege auf dem Rücken oder so. Oh mein Gott. Was ist das denn für eine Rutsche, Mann? Shit, 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 shit. Wo bin ich? Wo bin ich? Das nimmt gar kein Ende. Da, ich sehe dich jetzt. Ich sehe dich. Ach du Scheiße. Die Rutsche meine ich, genau. Weil du springst in die andere Rutsche, wenn du von oben kommst. Nice. Genau, das meine ich. Sehr cool. Nice. Dann nochmal da oben. Boah, fuck ey. Da gibt es ja vier Rutschen da oben. Die werden wir alle... Sagst du, hier ist keine. Hier ist nichts. Ich bin einfach reingejumpt. Voll die geheime Rutsche. Sehr nice. So, welche machen wir jetzt? Gelb. Welche sieht man am perversesten aus? Boah, die gelbe ist wirklich... Boah, guck mal, wo er hinfliegt. Ach du Scheiße. Ja, komm. Oh mein Gott, wie schnell ist die? Ach du Scheiße. Jetzt stoppt die ein bisschen. Hä, bei mir ist der Typ platt. Ja, du bist auch reingesprungen irgendwie. Deswegen bist du voll weggeflogen. Du musst dich reinsetzen und dann laufen. Ach so. Nice. Die funktioniert ganz gut. Aber bergauf rutschen. Aha, interessant. Sehr cool. Und dann... Alter, das ist aber nicht so schön. Ey, die haben mich voll verletzt. Ach du Scheiße. Du liegst hier. Guck mal, wie du hier liegst. Oh Gott, mir ist schwindelig. Oh mein Gott, mir ist richtig schwindelig. Was ist mit dir falsch? Steh auf, komm. So. Puh. Das war nicht so schön. Richtig gemeingefährlich. Da oben sind, glaube ich, auch noch ein paar Rutschen. Aber ich glaube, wir rutschen noch die... Ein paar Rutschen da. Die zwei, die noch übrig sind. Oh man, nimm mal diese langen Wege. Schade, dass nicht einfach alle Porter unten am Wasser sind. Das ist so. Dass du gar nicht irgendwie weit laufen musst. Das wäre ganz cool. So, Tunnelrutsch oder was? Ja. Warte. Ja, komm. Ich bin direkt hinter dir. Nice. Das ist cool. Ich kann nicht nach hinten gucken, aber ich sehe dich. Oh mein Gott. Das ist hier so eine Schüssel. Man muss hier rein dann. In die Mitte. Geht nicht. Ich bin einfach gesprungen. Guck mal nach hinten. Oh mein Gott. Ach du Scheiß, ist voll lustig, wenn man da hinten guckt bei der Rutsche. Sehr cool. Das ist krass, ey. So. Nice. Tut das weh, dieses Gerutsche. So, noch eine Rutsche haben wir in dieser Folge auszuprobieren. Wie sieht mein Charakter von hinten wie Arnie aus, der Jacke? Ja. So, haben wir noch eine Rutsche, die blaue hier. Und dann mal rein. Fang mal an, komm. Woops. Ey, du rutschst auf den Knien. Was ist mit dir falsch? Oh mein Gott. Krass. Oha, was ist denn hier los? Okay, ja, schön. Sehr nice, boah. Jetzt wird es schnell, jetzt wird es schnell. Oh mein Gott, ich schlieg auf dem Buch. Oh mein Gott, ich falle kopfüber ins Wasser, ey. Wahnsinn, ey. Die fallen wie so Kartoffelsäcke da rein, ey. Scheiße, mir ist schwindelig, ey. Mir ist richtig schlecht. Ich muss hier aufhören, Freunde, sonst übergebe ich mich. Tut mir leid, ey. Boah. Schlimm. Schlimm, diese Rutschen. Aber hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Roblox. 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 Vielen Dank.